Morgenrunde! Hallo zusammen! Heute kommt die Morgenrunde aus der Kirche St. Augustus. Wir haben an Ostern erfahren, dass Jesus lebt. Und dass er immer bei uns ist. Und ihr wisst, das können wir gemeinsam tun. Wo ich gehe, bist du da? Wo ich stehe, bist du da? Du bist oben im Himmel, bis unten auf der Erde. Wohin ich mich wende, du bist an jedem Ende. Du bist immer da. Wenn's mir gut geht, bist du da. Wenn's mir schlecht geht, bist du da. Du bist oben im Himmel, bis unten auf der Erde. Wohin ich mich wende, du bist an jedem Ende. Du bist immer da. Und darauf können wir uns verlassen. Bis zum nächsten Mal.